ja hallo und herzlich willkommen zum neuen video heute zufälligerweise wollte ein video über die nesmoke double bit machen oder doppelkopf ax oder doppelschneide ax ich hab sie mal noch dabei also das ist eine va für den kanal jette navigiert channel den ich sehr mag ich finde auch die art wie er seine sachen vorträgt und erzählt und vorstellt sehr cool cooler dialekt ist also hier die moormakers incorporated matador texas replika der nesmoke double bit ex der smock ist bekannt ziemlich cleveres karlchen sieht man ja nicht mein gott jetzt aber farbendlichkeiten sind nicht beabsichtigt gute gründe messer zu tragen ich könnte jetzt abkürzend sagen gute gründe kein messer zu tragen sehr gut also gute gründe ein messer zu tragen alltagspreparenis ich als kraftfahrer ich brauche ich habe ja die meisten wenn es wissen mein lieblings messer ist mein mensch mit kürzeln ja für die messer das wirklich jeden tag hat auf der arbeit benutzt wird ich brauche es jeden tag auf der arbeit ich brauche es auf der arbeit als arbeitsmesser nicht nur das sondern auch andere ich brauche messer als arbeitsmesser oder fest beim messer im lkw dem führerhaus übrigens guter spruch der führer war ein armes schwein hatte keinen führerschein habe ich mir angewöhnten fix jetzt als fest beim messer im lkw mitzunehmen das ist hier das holt davor ich habe sonst keine andere verwendung mehr dafür das wäre mir zu schade um das weg zu werfen oder was auch immer also das ist mein fest beim messer im lkw ich könnte natürlich auch jeden tag eine pommesbude marschieren und sagen einmal pommes currywurst pommes mayo schranke also kürzerwurst pommes schranke schranke rotweiß 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 ich gehe lieber beim zum bäcker oder ich hole mir gerne mittlerweile mein eiweißbrot und ich nehme mir da mein booties mit so nenn ich die booties stadt butterfote ich dachte teures geld ausgegeben und nach einer halben stunde wieder knast zu haben also cola des weiteren neben dem neben der alltagspunkten sag ich mal wirklich dem zweifel prüft werden bis jetzt zwei messer in einer pouch aber kommen beide diversen pouches sind beide von der firma hx autos von geberst zur verfügung gestellt für review survival preparedness zum beispiel wenn ich einen unfall habe und bin im auto eingeschlossen bräuchte ich dann zum beispiel ein messer mit habe ich jetzt leider wirklich im lkw vergessen mein rettungsmesser von rick die es bald übrigens so nicht mehr gibt rick in deutschland müssen sich umbenennen sind von ruhig angeschissen worden früh ruhig gut alltagsbewerten das noch mal so sagte ich fest waren auf der arbeit kartonage mal schnell durchschneiden folie durchschneiden plastik strap suchen so weiter normal für mich fest waren auf der arbeit ist normal für mich ich muss nach viereinhalb stunden arbeitszeit 45 minuten pause machen oder nach anderthalb stunden fahrzeit 15 minuten und nach weiteren 3 30 minuten also dass wir innerhalb von viereinhalb stunden auf 45 minuten pause kommt und was macht der kraftfahrer in dieser zeit wenn er in seinem führerhaus ist er festbart selbstverständlich freundern so ich könnte jetzt auch festbauen nämlich österreichische backwurzen nie jesimo für unter anderem habe ich jetzt zum beispiel auch das jetzt glaube ich der dritte oder vierte assault rucksack aber immer das gleiche mora 510 black total versaut total von uns patina drauf ein bisschen flugrost arschlecken mein buschkraftmesser nummer eins ist wirklich so ich habe immer so viel messer auch dabei so ein hippe knieb kleines hippe knieb die habe ich jetzt wirklich nicht extra circa 100 meter von hier steht mal lkw ich mache gerade pause die habe ich zum testen dabei letztes wochenende samstag hatte ich bei norma mal wieder messerchen gekauft zum testen da gab es ein kleines einkaufsvideo auch vom norma ja also bitte nicht stellvertretend für meine arten von qualitätswässern nehmen da sind so die das habe ich so dabei das ist kein quatsch sind overload hat man genug messer ich habe neulich mal ganz kurz überschlagen ich weiß noch genau wie die 250 zu mir kamen da war ich bei 350 bei 600 jetzt liege ich bei 695 messern ich sag mal mit den worten der toten hosen quatsch den onkels wir haben noch lange nicht genug ja noch eins dabei auch zum testen und review von geber ist zur verfügung gestellt ich will jetzt vom thema abweichen aber ich zeig mal so was ich so dabei habe und was ich wirklich immer wieder teste oder benutze und so weiter und so fort und einige werden es mitbekommen haben ich habe eine leidenschaft entdeckt ich hätte ich hätte es wirklich heute morgen ich habe es da noch nicht gewusst und in diesem licht erscheint dieser griff ja praktisch schon dunkelbordeaux rot jetzt von dieser seite ausgesehen 10 euro taschenmesser vom norma die leidenschaft für necknach entdeckt stell dir vor du gehst durch den wald was so ein shirt an wie ich jeder kann ihn gucken ob du dabei hast und noch zu sehen weg ist es trotzdem hast du immer notfallmesser cold steel super edge also warum es sich dann lohnt wirklich ein messer zu tragen ist altersbekenntnis zu weibeln präppern ist wie oft habe ich sie jeden tag sei es ich bin unten jetzt im keller mein machbar sagt können sie mal für mich mal ein bisschen umsohnen können sie mal für mich den karton wegschmeißen ist nur ein kleines kartonchen und dann kommt da so ein oschi von karton und ich will das nicht zerreißen weil das mit 50 mal mit klebeband umwickelt ist dann nehme ich mir den kleinen oschi hier bobo bobo zack das ding zerfetzt den karton wie gar nichts und china auf ebay oder viel mehr auf amazon weiß ich ob es noch das super edge für das geld gibt gute gründe in messer zu tragen ist unter anderem ich fühle mich unwohl ohne messer ist einfach so ich kann das nicht anders beschreiben ich bin schon auf der suche wird für den sommer nach dem perfekten badehosen taschenmesser in der badehose vorne in die wo man sonst immer so ein paar nur ich glaube da hole ich mir dann ein spider co mit h1 stall auch im schwimmbad nicht ohne kneipchen kneipchen ist der begriff der hessen fünf besser oder eigentlich ist es ein festbächer kneipchen und da ist die kneipe nicht unbedingt da wo man das bierchen trinkt sondern kneipchen und das messer wenn die leute mich wirklich fragen warum trägst du warum trägst du wir haben unheimlich viele ostdeutsche ostdeutsche osteuropäer und auf der arbeit die sagen zu mir warum trägst du ein messer und sag ich immer manu manu le georg oder sorin warum trägst du kein messer naja ich brauche ich stehe dann zwei minuten später bei mir auf der matte ich bin am laden sagt zu mir ach du kannst du mit einem messer borgen ich muss folie kartonage oder diese strapse durchschneiden bitte sagt ok und sehr oft zum beispiel verschenke ich solche zehn euro tassen messerchen vom vom diskounter die ich mal für euch vorgestellt habe die verschenke ich dann gerne deshalb habe ich zum beispiel auch nach dem testen immer dabei das hier erinnert mich ein bisschen an ich komme mit drauf hässlich wie die nacht aber effektiv 10 euro für kartonagen zu zerschneiden ein äpfelchen zu teilen ist es mit sicherheit sehr effektiv so gut flaschenmesser sind werkzeuge keine waffen ich habe es echt versucht in den 80ern habe ich meine lehre in einem großen mit baumarkt aber in einem sanitär groß und einzelhandel gemacht und da sagte damals der chef ein messer muss ja kein großes sein nehmen so ein kleines mit nehmen sie doch ein kleines mit wenn sie es unbedingt müssen und entdeckte dann die liebe zu meinen schweizer taschenmessern wieder die erhalten und funktionell sind und es gibt ja auch heise wenig und gute gründe ein taschenmesser zu tragen muss ich leider jüdisch beantworten juden beantworten sehr gerne mit der gegenfrage nennen wir gute gründe keins zu tragen so danke für die idee muss dazu sagen ich habe diese das leider hat das thema so verpasst ob das über eine benachrichtigung da der stefan wieder ein video hochgeladen hat für mich schön dass er jetzt wieder viele videos macht freut mich sehr gesehen okay jeder der dvr von mir auf jeden fall verdient so das war's auf camera bergwurzen oder nicht das war es hier noch nicht vielleicht ist es später gesagt danke fürs zuschauen und dir noch ganz viel spaß auf youtube macht weiter so mit deinem geilen channel ich finde den geil ich finde den super und wir brauchen mehr von deiner sorte immer schön mittendroff aufs thema und jeder der zuschaut und nur zuschaut habe ich meine frage gute gründe youtube videos zu machen oder gute gründe keine zu machen quatsch ich sehe nicht ein macht videos leute die die er zuschaut ihr könnt genauso wie ihr könnt zehnmal besser wie ich bereichert die deutschen youtube gefilde mit messer reviews mit die reviews und so weiter und so fort so geht es ist eigentlich heute nur so ein halbzeit video heute abend kommt ein video über nackst meine ziemlich geile sogar und die hat sich auch auf instagram mal ganz kurz gezeigt nee ist es nicht die ist eine andere sache danke fürs zuschauen wir sehen uns heute abend und ich wünsche euch wie immer alles gute tschüss mal gut schwenkt tot tschüss hab und schwenkt die axt schwenkt auf